Hi, heute gucken wir uns bei dir von Kummer an. Wir sind ganz normal in E gestimmt und wir haben vier beziehungsweise fünf Akkorde. Einmal ein A-Dur, einmal ein Fis-Moll, einmal ein Cis-Moll, einmal ein E-Dur. Das sind die Akkorde für die Strophe. Der Erfrag ist ein kleines bisschen anders. Da haben wir auch zuerst A, Fis, Cis und E. Und beim zweiten Durchlauf A, Fis, Cis, und Gis-Moll am Ende statt E. Das sind unsere Akkorde. Da machen wir erstmal die Strophe. A-Dur, also D-Saite im zweiten Bund, G-Saite im zweiten Bund, B-Saite im zweiten Bund. A-Dur. Dann Fis-Moll, da haben wir erstmal ein Barret im zweiten Bund. Dann haben wir den vierten Bund auf der A-Saite und den vierten Bund auf der D-Saite. Dann haben wir Cis-Moll, da haben wir ein Barret im vierten Bund von der A-Saite bis zur E-Saite. Dann haben wir den sechsten Bund auf der D-Saite, den sechsten Bund auf der G-Saite und den fünften Bund auf der B-Saite. Das ist ein Cis-Moll. Und der letzte Akkord ist ein E-Dur. Dann haben wir einen zweiten Bund auf der A-Saite, zweiten Bund auf der D-Saite und den ersten Bund auf der G-Saite. Das sind jetzt unsere Akkorde für die Strophe. A-Dur. Fis-Moll. Cis-Moll. E-Dur. Fis-Moll. 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 A-Seite, vierter Bund, D-Seite, zweiter Bund, G-Seite. Da haben wir auch einen schönen offenen Akkord. Ihr könnt mit dem Daumen noch die E-Seite im zweiten Bund greifen, dann habt ihr das Fis im Bass. Das geht bei mir ein bisschen schlecht, wenn meine Gitarre sehr dick ist. Bei der besten an der Gitarre geht das dann. Dann das Cis-Moll. Da könnt ihr auch die E-Seite offen lassen, dann auch einen schönen offenen Akkord. Und dann haben wir noch unser E, das können wir eigentlich so lassen, das ist so ganz schön. Oder ihr spielt es hier unten, das ist dann der siebte Bund, mit offener B- und E-Seite. Also siebter Bund, zehnter Bund, zehnter Bund. Das ginge dann auch. Und dann beim alternativen Ende, da könnt ihr das Gis genauso greifen wie das Fis. Das war dann der sechste Bund auf der A-Seite, der sechste Bund auf der D-Seite und der vierte Bund auf der G-Seite. Das ginge dann auch und so zusammen würde sich das dann so anhören. Doch bin ich bei dir. Du hast mich scheinbar noch nicht satt, nur eine Frage der Zeit. Bis ich es einmal mehr verkacken. Ich bin gut darin, Menschen zu enttäuschen, am allerbesten die, die mir am meisten bedeuten. Ja. Könnte ein bisschen variieren mit den Akkorden, wie ihr sie gern hättet. Ja. So kann man den Song auch mal an einem Lagerfeuer singen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns vielleicht. Ja. 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 Ja.